Bienvenue im Ferienhaus Seestern am Linkbergplatz, direkt an den Dünen. Mit abgeschlossenem Hoftor. Die Hunde sind schon da und das könnten auch ihre Hunde sein im Ferienhaus Seestern. Ein abgeschlossenes Grundstück, 2000 Quadratmeter groß. Die Hunde machen jetzt gleich mit ihnen einen Gartenrundgang. Hier ist die wunderschöne Terrasse, die große Terrasse, Kattentisch, das maritime Blumenbeet, Palmenbeet. Das Tor mit der Einfahrt. Sie kriegen hier einen großen Bus rein, also einen großen Van rein. Sie kriegen hier sogar ein Wohnmobil rein. Wir haben auch Gäste, die reisen mit dem Wohnmobil an und sind dann unsere Gäste im Ferienhaus Seestern. Ich lade sie jetzt ein, mit mir einen Gartenrundgang zu machen. Und mit den Hunden, mit Biel, der Schirmherrin vom Ferienhaus Seestern. Die kommt des Biel. Und hier geht es direkt zum Meer. 350 Meter direkt ab Gartentor sind sie zu Fuß am Meer. Hier ist die Frontseite, die Meerseite. des Hauses. Und hier hören sie auch das Meer im Gartenrauschen. Die Vögel zwitschern eine unheimlich wohltuende Ruhe und ein abgeschlossenes, voll umzäuntes Grundstück für ihre Hunde. Hier ist die Hinterseite des Hauses mit Pinien überdeckt. Hier finden sie Holz für den Kaminofen. Und hier haben sie genügend Platz sogar für mehrere Autos, wenn sie mit der Familie kommen. Das Seestern hat Platz für fünf Personen und normalerweise für fünf Hunde. Seestern hat vier und halb Zimmer und davon drei Schlafzimmer. Und somit sagen wir A bientôt im Ferienhaus Seestern. »Mann.« 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017